Gibt es auch ganz viele von, wenn man nur mal in so ein paar Foren guckt wie bei MMORPG Welt, da ist auch ganz viel mit, dass der Client, ja, einen Error hat, also Interrupt und weiß ich irgendwas, dass ein Part kaputt ist, also bitte mehr Sorgfalt bei sowas, denn, wenn ihr sowas schon am Anfang versaut, bekommt ihr keine Spieler. Dann komme ich zum Punkt, das will ich haben, es geht nämlich um das Spiel, muss ich mal kurz aufschlagen, ich sag das sonst wieder falsch, das nennt sich All Points Bulletin, das ist nämlich die Online Variante von einem GTA, hört sich schon sehr riskant an, weil wie soll man, ja, GTA Online machen, ja, die wollen das wirklich so machen, der Beta, man kann sich jetzt auch schon für die Beta anmelden, Ich hab's gleich gemacht, weil das Spiel, äh, sieht dermaßen genial aus, ja, worum geht's eigentlich, ja, ihr könnt euch, äh, äh, es gibt vier Gangs und ihr könnt natürlich einer Gang beitreten, es gibt zwei Gangs, die, die Gangster sind, die Gesetzlosen, die alles zu Schutt und Asche machen und es gibt zwei, ja, Gangs, es, äh, nennt sich Gesetz, wo ihr wirklich denn das verhindern müsst Und das hört sich schon mal recht spannend an, es soll auch ein gutes PvP geben, was natürlich, ja, äh, wie soll man das machen, beim Ego-Shooter PvP, also das, das wird eine ganz heikle Sache, das Spiel Aber wenn's wirklich die, äh, Kurve kriegt und wirklich gut wird, wird das ein Spitzentitel Ich werd auch, äh, am Ende von zu Haken Labert mal den Trailer, ja, abspielen Denn, es wird geil, denk ich mal, ich hoff's mal, weil müssen wir mal gucken, wie alles wird Registriert euch auf alle Fälle mal, aber ihr braucht einen super Rechner, das ist definitiv klar Das wird auch auf der Homepage, äh, erwähnt, dass da unterm Core 2 und hier weiß ich nicht, was für eine Grafikkarte und was für ein Arbeitsspeicher, nix läuft Deshalb, so, dann haben wir den Punkt auch abgehakt Dann kommen wir zum Schrott der Woche Ja, Schrott der Woche, hm Diese Woche hab ich zwei Spiele getestet gehabt, das war einmal Nieder-Online und Osword und es ist definitiv Osword geworden Also, äh, so ein Scheiß hab ich in meiner ganzen, ja, MMORPG-Geschichte noch nicht gesehen Also, wirklich schon von der Grafik, von dem Sound, ja, wo wirklich mein Ohr anfängt zu bluten oder sich es langsam abreißen will von meinem Kopf Äh, gibt's nicht, also ganz ehrlich Boah, was soll das, also Also, da bin ich sprachlos, wie man so einen Scheiß rausbringen kann Und ich bin noch sprachloser, weil, weil so viele den Scheiß spielen Ich weiß halt nicht, ich find eh so eine Real-Life-Spiele das letzte, was es geben sollte auf dem MMORPG-Markt Also, sowas wie Second Life oder so, das wurde ja auch monatelang gehypt Das war das, da war das bei Stern TV Und weiß ich irgendwas und, ah, die Ene macht Millionen, weil sie da ein Grundstück verkauft hat und sowas Aber, wer braucht das? Bitte, wer braucht ein Real-Life-Spiel? Ganz ehrlich, also ich hab mit meinem Real-Life genug zu tun Ja, mit meiner kleinen Tochter, mit meiner Frau, Pipapo Und da brauch ich nicht noch so ein Spiel Ich will ein Spiel haben, wo ich Gegner, ja, äh, töten kann in der Hinsicht, wo ich mich in eine andere Rolle versetzen kann Und beim Real-Life-Spiel ist das nicht grad so, dass ich mir in eine andere Rolle, also, dass man Musiker werden kann Ja toll, ist keine andere Rolle, ja Kannst du auch in deinem Real-Life machen, wenn du dich einfach nur mal anstrengst Ich kann in meinem Real-Life kein Magier werden Oder ein Hexenmeister oder weiß ich irgendwas Ja, deshalb, Real-Life-Spiele sollten verboten werden So, das war's eigentlich, das war mein erstes Zwarken Labert Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen Mal gucken, was mich nächste Woche so alles aufregt Ihr könnt ja auch mal posten, was euch aufgeregt hat diese Woche Außer meine Movies Und, ja, ich bedanke mich schon mal an meine Abonnenten, die wirklich jetzt fleißig meine Videos gucken Und ich, ja, ich grüße auch nochmal alle 4-Story-Spieler, die mich dermaßen hassen Dass die sich sogar Doppel-Accounts machen, um meine Videos schlecht zu machen Aber, heyho, mir ist das egal Ihr sollt das zocken, was euch gefällt Es ist nur meine Meinung Die müsst ihr akzeptieren Ich muss nämlich eure Meinung auch akzeptieren, wenn sie sachlich ist Und nicht so ein Schwachsinn wie Ey, du Schwuchte, du hast keine Ahnung Habe ich auch per persönliche Nachricht bekommen Dass ich doch keine Ahnung habe, dass ich das Spiel erst bis Endlevel spielen sollte Ja, genau Und, und so weiter und so fort In dem Sinne, euer Zuhaken Ich bin ein Yo, du siehst deinem Stadt, Zamba���ro Lots aproper, lots of opportunities, lots of choices Aber nur wenn es wichtig ist. Sei es jemandem oder niemandem. Sie sind überall, man. Every corner you turn, they're there. They got no code, man. They think the law's a joke. Seriously, I look like I'm joking? Man, you on your way now. You got a name and a street rep. I think you're somebody now, right? You ain't somebody. Just a bigger target. They're gonna be looking for you. There's only so many hours you can stay on patrol. Only so many neighborhoods you can secure. You're outnumbered. And you're gonna need help. Start making some noise. Yes, it's happening for you. King of the streets. TV says you're a menace to society. Everyone knows your name. You got the ride. The crew. The money. The name. The fame. The hype. You got everything you ever wanted. All that matters. It's making a mark. Let's do some business.